Jetzt kommen meine Damen und Herren zur nächsten Folge zu Lords of the Fallen. Ich habe etwas gefuttert. Ich bin jetzt voller Energie auf das nächste Gebiet. Warum sieht das so hart aus, als wir das jetzt hier einstecken? Was ist das so hart? Was ist das so hart? Oh, das ist gut. Diese Scheiße mehr aus dem Wiener. Soll ich gut aus. Hey Leute, wir haben mal den ersten schweren Boss im Spiel. So, jetzt geht's wieder. Ich würde tatsächlich noch einmal ganz kurz ein bisschen runterdrehen. Willkommen. So, ist wahrscheinlich im PC jetzt Hilfe rufen oder? Ja, es ist unfassbar. Na okay, ich kann mich sterben lassen. Das war's. Das bringt ja nichts mehr. Ich hab den nicht einmal getroffen, alle meine Heilung ist weg. Dann muss man den halt ganz schön bezögert ausweichen. Komm weg, Motherfucker. Ich weiß, es gibt einen Erfolg, wenn man hier Leute zu Hilfe ruft. Da muss ich auch, wenn ich langsam rübergehe. Das war's. Das war's. Ja, naja. Der war die Gäste. Oh mein Gott. ey man so los an 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 Alter, guck dir das mal an, wie er die Attacken auszögert, ey. Boah, ist das widerwärtig, ey. Ist ja zu schlecht, bin ich wieder fünfmal gerollt. Ich werde eigentlich alle Boah seit alleine besiegen. Aber für den Erfolg müsste ich mal tatsächlich mal jemanden rufen, damit ich den Erfolg auch bekomme. Aber ich werde es mal ein bisschen probieren. Wie geht's? Ich werde es nicht mehr probieren. 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 Okay. 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 Das ist unser Gift von ihm drauf. Aber es sah gut aus. Es sah gut aus. Es sah gut aus. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass es halt dieser Schlag, den er von oben macht, total verzögert ist. Der Fleisch klümmt mir. Okay. 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 So, aber hinter ihm zu sein, die Anzeite. Ich finde, diese Attacke hat man viel besser. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Alter, ich hab ja dieses Mal gar nichts mit dem Monogebot gekauft. Widerwärtig, Leute. Ey, oh no, widerwärtig das Ding. Man macht halt noch konstanten AOE-Giftschaden hier. Was ich gerne? Okay. Oh. 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 Hey Mann, was machst du denn mit dir? 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 Hey Mann! Hey Mann! Hey Mann! Hey Mann! Hey Mann! Hey Mann! Puh, ja wir werden uns im Weg Puh, ja wir werden uns in der nächsten Folge, auf Wiedersehen.